Heinrich, DO1 HFS vom YouTube-Kanal Funkfieber, hat die Flaschen-Challenge ausgerufen. Dabei soll, mit Ausnahme des Funkgeräts und des Mikrofons, alles in eine Flasche passen, was man so braucht, um draußen unterwegs zu sein, um QAV zu sein. Die Challenge nehme ich hier an, auch unter eingeschränkten Umständen, denn ich habe nur das hier, was ich hier habe im Urlaub und jetzt muss ich einfach mal in die Kiste schauen, oder ich habe schon in die Kiste geschaut, was die denn so hergibt. Zuerst hier der eigentliche Transceiver und das Mikrofon, das muss natürlich nicht mit in die Flasche. Und die Batterien sind hier eingebaut in einem XIGU 6100, das heißt, die Sorge habe ich schon mal los, das muss nicht reinpassen. Die Flasche selbst, ja, sowas Tolles wie der Heinrich habe ich nicht. Ich habe hier eine Flasche Contrex, hier oben passt nichts durch. Ich nehme einfach die Freiheit und werde es hier gleich mal aufschneiden mit einem Teppichmesser, dann ist es oben ungefähr so groß wie die Flasche, die Heinrich gezeigt hat. Ja, was habe ich noch? Einen 1 zu 49 UN-UN mit BNC-Anschluss. Es gibt diverse Bausätze, ich habe den jetzt nicht selbst entwickelt, es gibt diverse Bausätze. Es gibt einen Bausatz vom Heinrich selbst, der hat den großen Vorteil, er hat eine Zugentlastung mit dabei. Also gerade wenn man ein Draht direkt anlötet, ein bisschen Zug draufkommt, dann ist das natürlich geschickter, als wenn das direkt auf der Lötstelle ist. Und der, den ich hier habe von DG1-Jan, ich verlinke auf jeden Fall unten auch auf seiner Seite, der hat den Vorteil, dass er hier eine Rändelschraube hat und über diese Rändelschraube kann man das Ganze dann anschließen und auf die Art und Weise natürlich auch leicht den Draht auswechseln. Und der hat noch einen zweiten großen Vorteil, zumindest für mich im Augenblick, er ist hier. Wir brauchen natürlich noch einen Draht zum Anschließen an den UN-UN. Hier sind 10 Meter schwarze Litze und auch hier ist es so, dass ich eine Öse angebracht habe. Könnt ihr hier sehen, die ist angelötet und das passt dann ganz hervorragend zu diesem UN-UN hier. Lässt sich leicht auswechseln, auch gegen einen längeren Draht mit 20 Meter beispielsweise. Ja, dann noch ein Koaxialkabel mit BNC-Anschluss, einmal wieder an den UN-UN und auf der anderen Seite eben an den XIGU-Trensieber. Was gibt es noch? Es gibt noch etwas grüne Schnur, unspektakulär zusammengebunden mit solchen Klettverschlüssen. Es gibt zwei Blätter Papier. Ihr seht schon, ich bin Optimist mit 5 Watt zu glauben. Ich kann hier zwei Seiten vollschreiben. Der Kugelschreiber, der ist eingewickelt. Und es gibt einen Schraubenschlüssel. Und ja, die Aufgabe dieses Schraubenschlüssels, die wird sich gleich ergeben oder gleich wird es klar werden, wofür ich den brauche. Aber ich verrate es jetzt erstmal nicht. Es ist aber unspektakulär. So, jetzt gehen wir erstmal diese Flasche hier abschneiden und dann mal schauen, ob wirklich alles reinpasst. Und wenn das reinpasst, dann suche ich mir eine Möglichkeit, diesen Draht irgendwie in die Luft zu bekommen. So, jetzt sollte ich hier ein Teppichmesser sein. Hier. Einfach mal an der dicksten Stelle aufschneiden. Auch keine scharfen Kanten. Ja, dann schauen wir mal, ob das passt. So, jetzt wird es spannend. Eine Idee, die mir gerade kommt, vielleicht passt das Telefon ja rein. Nee, leider nicht. Schaut mal, das ist sehr ärgerlich. Wenn die Flasche etwas größer wäre, ich weiß nicht, ob das in eine Einrissflasche passt, dann hätte man die Problematik mit dem Logbuch und FT8 elegant gelöst. Habe ich jetzt nicht. So, das Koaxialkabel. Ah ja, fast schon. Zehn Meter Litze. Definitiv. Die grüne Gartenschnur passt auch. Jetzt zuerst den Ringschlüssel. Und das knistert jetzt etwas, das Papier für das Logbuch. Hm, knifflig. Bingo. Ist auch drin, stößt unten an. Schaut oben ein bisschen raus. Wisst ihr was? Ich stecke das so rein. Drücke den BNC-Anschluss hier runter. Und dann passt wirklich alles in diese Flasche rein. Und ja, da wäre noch ein bisschen Platz für Wasser. Cola, Kaffee. Was auch immer. So, jetzt suche ich mir, wie das klingt, jetzt suche ich mir einen Baum. Ja, lassen wir den Blick schweifen, was ich hier finde. Bäume gibt es wirklich genug. Aber da müsste ich ja jetzt hinlaufen. Da wäre ich bestimmt eine Stunde unterwegs. So lange möchte ich euch gar nicht langweilen. Das hier hinten ist schon näher. Ein bisschen rauszoomen. Das hier hinten ist noch näher, aber so hoch kann ich gar nicht werfen. Schwierig. Das Kinderhaus. Das hier. Ich glaube, das wäre der Baum, den ich benutzen möchte. Der ist keine zehn Meter entfernt. Das ist ein großer Vorteil. Und der hat noch einen zweiten Vorteil. Ignoriert mal die Schnur von dieser anderen Antenne. Das ist hier höher als dort unten. Das sind bestimmt noch mal vier Meter Höhenunterschied. Das heißt, wenn ich hier etwas in den Baum werfe, habe ich von vornherein schon mal vier Meter Höhe gewonnen, wenn ich mich dann später hier runtersetze. Und genau das, das mache ich jetzt. So, hier ist die Flasche. Noch alles drin. Und was ich brauche, ist jetzt erst mal Platz. Nichts wegwerfen. So, jetzt kommt der Ring-Trick. Ich brauche nämlich was zum Werfen. Ich mache hier diese Klettverschlüsse auf. Wenn man so eine Schnur wirft, das habe ich aus einem Video von Heinrich auch gelernt. Ich machte das immer auf eine wenig zielführende Art und Weise, wie früher im Schulsport. Das Ball werfen. Hat natürlich nicht funktioniert. Ging doch schnell, oder? So, jetzt durch den Ring hierdurch. Einen Knoten machen. Und jetzt, so wie ich das von Heinrich lernte, die Schnur hier hinlegen. Schön locker. Jetzt schauen, dass man da drüber kommt. Das reicht mir. Das ist, glaube ich, gut genug. Jetzt kann ich hier das Ende meiner Endfett dranhängen. Das kann so hochziehen. Und dann gehe ich mal runter und versuche, den Transiva einzuschalten. So, da ich nicht weiß, ob ich disqualifiziert werde, wenn der weiße, stapelbare Plastikstuhl nicht in die Flasche kommt, setze ich mich jetzt hier einfach auf den Boden. Hier ist das Kabel. Da muss jetzt der Un-Un ran. Und das BNC-Kabel. Und das BNC-Kabel. Den Kabelbinder stecke ich gleich in die Flasche zurück. So, einschalten. Ja, man hört auch den Weidezaun. Ah, so ist besser. Hier seht ihr die 1577 in AM vom Shortwave-Radio-Cerm, das ich hörte. Jetzt gehen wir mal auf 40 Meter. Und schauen wir mal, ob der Autotuner das tunen kann. Wahrscheinlich nicht. Und wenn er es kann, dann kommt wahrscheinlich keine Leistung mehr raus. Hier. Nun gut, er hat es getunt. Ob da noch was bei rauskommt, das wissen wir nicht. Ich versuche mal, jetzt noch auf 20 Meter anzumatschen. Das hat er gemacht, problemlos. Wundert mich auch nicht. 15 Meter, wir werden sehen, aber 10 Meter wird ganz bestimmt wieder funktionieren. Ich versuche mal, und weil es so schön ist, rufe ich jetzt mal auf 20 Meter CQ. Ich habe ja hier was als Logbuch und mal sehen, ob was kommt. Ehrlich gesagt, ich erwarte es nicht. 5 Watt in Phonie statt in CW. Die Erfahrungen der letzten Tage waren doch eher verhalten. 9 Alpha, 1 Alpha Fox Trot Slash Delta Delta Zero Uniform Lima Fox Trot Slash Delta Delta Zero Uniform Lima Fox Trot Slash Delta Delta Zero Uniform Lima Delta 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 Zero Uniform Lima Delta Delta Zero Uniform Lima ist das korrekt? Roger, Roger, Roger Delta Delta Zero Uniform Lima 5 925 Thanks for 5 925 5 9 0 1 What is your age? The exchange in the contest is age. Oh, 57, 57, 5 7. Zero Uniform November, What is your age? The exchange in the contest is age. Five and seven, 5 and seven. Five and seven, 57, thank you 73 and good luck. 9 Alpha, 1 Alpha. Chaka. Okay. Jetzt wollen wir das noch ins Logbuch reinschreiben. 9 Alpha, 1 Alpha. Mein Alter kennt die jetzt auch alle. Lustiger Contest. Jetzt baue ich das hier ab und gehe mal zur Waage und dann schauen wir mal, was das ganze Setup hier bei mir wiegt. Jetzt kommt also alles wieder in die Flasche rein. Wir haben zuerst das Logbuch mit dem einzigen gelockten QSU. Kugelschreiber. Und ich stopfe gleich das Koaxialkabel dazu. Das hätte kürzer sein dürfen. Aber es ist kein kürzeres hier. So, der grüne Draht und der Antennendraht. Der Ringschlüssel für den Baum und der Un-Un. So, jetzt ist alles da drin und wir wiegen es. 300 Gramm sind es genau, inklusive der Contrex-Flasche. Die ist natürlich sehr dünnwandig, die wiegt fast nichts und alles in allem dann 300 Gramm. Heinrich, vielen Dank für die tolle Idee. Es hat so Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, ein Pünktchen in dem Contest zu vergeben. Ja, ich glaube, die Contrex-Flasche, die nehme ich mit zurück nach Deutschland, wenn ich fahre. Die wird mich dann beim nächsten Field Day begleiten und vielleicht, da ist ja noch viel Platz, vielleicht auch mit einem 20 Meter Draht. Dann gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Und allen anderen wünsche ich angenehme QSUs, 73 und bye bye. Ich weiß gar nicht, ob ich noch im Bild bin. Ihr werdet es nicht glauben, was mir passiert ist. Ja, es ging über den Ast, aber die Schnur ist so kurz. Die hängt jetzt da oben drin. Das bringt mir nichts. Also nochmal. In der Flaschen-Challenge wurde nicht verlangt, dass es beim ersten Mal klappt. Und was ich machen werde jetzt, ich nehme das Ende hier einfach in die Hand. So, also nochmal. Drei Schritte zurück und möglichst auf nichts Drauftreten. Das war nichts. Das war nichts. wieder nicht. Nochmal versuchen. Good night. Ja, 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 ja.